Einen stylischen runden Morgenmiddag oder Abend, Leute. Legendarer Schwarzer Ritter 13 mit Trish. Wir werden mal dieses andere Outfit hier benutzen. Just Cause. Ich fand den Taunt letztes Mal einfach so übertrieben lustig, dass wir dieses May the Savior be with you jetzt doch auch einfach mal in Weiß genießen können. So. Mission beginnt. Die Kraft des Meisters des Waldes hindert dich an der Flucht. Gold des Trainings. Ja, ja. Das sieht schon lustig aus mit dem Leibchen, was da hinterher flattert. Nein, Moment. Tür. Oh, fuck. Hey, müsste ich da nicht eigentlich in dem Gegenwurler sein? Oh, fuck. Oh, mein. Moment, nein. Ich könnte ja... Aha, aha. Au. Aha. Goddag. Oh shit. Sollte weg. Sollte hier weg. Sollte hier ganz schnell weg. Whoa. Word, 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 word. Geh weg. Geh weg. Lass mich. What? Alter. Fuck. Gott, nein, nein, nein. Ziel doch nicht, Automatisch auf den. Geh weg. Okay. Auch nicht meins. Ernsthaft? Man sieht in dem Standbild, nachdem haben Rolling Thunder einfach nur ihren Arsch. Warum auch nicht? Ist ja okay. Vor allem, weil ihre Sparda-Combo einfach schneller ist, als ihr Bare-Knuckle-Ding. Ihr Faustschlag. Das habe ich gesucht. Das ist ein geiles Scheib-Aufbüte. Tatatata! Ja! Woo! Woo! Hallo? War's das? Danke. Oh, schaut mal, wenn ich das Ding jetzt mal wegschmeiße und stehen bleibe. Oh, krass. Hey, die haben das Modell verändert. Ähm, wenn ich das Schwert gerade wegschmeiße. Guckt auf ihren Rücken. Das ist ein ganz normaler Ausschnitt auf ihrem Rücken. Und, ähm, aber in den Cutscenes und in den Developer Screenshots hat sie den charakteristischen Blitz von ihrem Korsett hat sie in dem Outfit hier auf dem Rücken. Äh, nice to know. Nur scheinen die da ein wenig schlüpig gewesen zu sein. Hey, ich wollte noch weiterspielen. Danke. Weiß nicht, warum das ab und zu mal abkriegt. und unter So, bis jetzt. Tatata! Das ist schon ziemlich krank. Das stimmt schon, ich spielst dich in manchen Situationen wirklich richtig wie von selbst. Das ist der Hammer. So, Leute. Und Abschlag! Triple Ass, wer sagt's denn? Ach, geh mir nicht um den Sack. Was ist das? Niedlich. Oh, da ist ja noch was. Oh! Komm her. Bam! Das war eigentlich, ich müsste mal, ich müsste mal alle möglichen Towns in verschiedenen, ich muss öfter townen. Ich meine, wir haben ja schließlich verschiedene Towns für verschiedene Stilränge. Und, ähm... Das ist niemand? So. Boom! Boom! Bam! Da-da-da-da-da-da-da-da. Ne, daher richtig. Wir gehen hier lang. Oder dieses Gloria-Outfit irgendwie... Also, es ist lustig. Mann! so dann wieder sammeln jeden Tag sammeln kugeln soviel ich mag ich sammle kugeln, dann geht's mir gut denn ich brauche kugeln, dann fliegt der Hund und ich muss direkt wieder dahin weil ich mich verarschen wollte und das nicht zulasse und ich lese das einfach nochmal vor, falls das die erste Folge der erste Playthrough ist, den ihr seht dies ist ein belieblicher Wald, aber wer ihn lieb muss behandelt, wird von Dunkelheit umschlossen, wer sich nicht nach Dunkelheit sehnt, sollte nach dem Licht streben ansonsten sind alle Bemühungen vergebens lauft der Sonne hinterher, Bastard so daher Schatten und so falls ihr nur auf das Lady und Trish Gameplay gespannt wart kann es ja sein, dass ihr meine ersten 20 Folgen mit Virgil so geskippt habt was erzählst du da hinten? komm, lass, lass, lass uns komm, wir beiden Ladies, wir setzen uns jetzt mal zusammen und quatschen über den Erlöser verzeihung, aber haben sie kurz Zeit über den Erlöser zu reden? hey hey bam Ich wollte den gar nicht machen, Mann. Du tauntest mich mit Sex so viel. Das ist jetzt echt dein Ernest. Aber ja, Bossfight mit Trash viel angenehmer. Und ich kann einfach in der Luft auf den Gegner zufliegen, den Scheißknopf mit dem Joystick gedrückt halten und sie macht einfach erst Klick-Bang. Das ist sehr, sehr cool. Ich kann mir das mal hinterher schicken. Ich kann mir das mal verletzen. Das war's für heute. Verdammt, Frau! Na, krieg dich wieder ein! Ich wollte mit dir nur über den Erlöser reden und du hast mir die Tür vor der Nase zugekleidet und bist einfach nur total ausgetickt. Verdammte Scheiße, noch eins! Das ist das Einzige, was mich gerade so ein bisschen nervt. Ich habe mit Lady normalerweise kein Problem mit Distanzgegnern, weil Lady selber einer ist. Und das war ernsthaft aus den letzten... Nein, werde ich nicht. Ich werde die Schlampe so fertig machen. Normalerweise habe ich mit sowas kein Problem, weil, ja... Ich bin mit Lady relativ froh, wenn die Gegner sowieso von sich aus Distanz halten. Äh, mit Virgil konnte ich bisher mit dem Airtrack immer ran teleportieren. Ähm, nur ich habe mit, äh, Trish keine Möglichkeit, um mich zum Gegner zu bringen oder andersrum. Das ist halt so ein bisschen, äh... Bisschen doof, eigentlich. Aber so hat jeder Charakter seine Nachteile. Äh, das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Missed, missed, missed. um Das war's für heute. A-ta-ta-ta! Bäm! So, das hat gesessen! Bäm! Komm doch! Mist! A-ta-ta-ta! Sparda! Zumindest das Schwert sich durch! Verdammte Mist! Weitdings! A-ta-ta-ta! tried that something out of the kitchen Hör, mach auf. Ich will da oben drauf, verdammt. Da ist der Weg dran. Oh, nein, nein, nein. Ouch. Yo, Madsus! Dumpshon! Es bricht nicht mein High-Roller-Mojo jetzt hier. Da, Dings, Rolling Thunder, Bitch! Das ist doch nicht wieder dein Ernst jetzt. Nicht wieder auf dem letzten Meter! Nein, 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 nein! Boom! Schade, ich wollte den B-Rang taunen. SF. Schöne Kugel, 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 Kugel! Äh, wo wollte ich hin? Äh... Wo ist der Schmutter? Ne, was? Ey! Doof jetzt? Ja. Oh. Okay, also ich find den Gloria-Skin irgendwie nicht so toll gemacht. Wir haben den halt einfach importiert aus Dingens, aus der einen Cutscene... Fa... Kein Objekt, aber... Ja, da, 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 da... Gott! Gut, dann... Ja. Äh, wir, wir, wir... Wir werden besser. Das, äh, passt schon. Wir werden besser. Okay. Also, wir sehen uns morgen zu Mission 14, äh, dann, äh, wieder mit Trish im Trish-Outfit und nicht als, äh, Gloria-Lady-Gaga-Dings-Verschnitt und, äh, ihr könnt liken, abonnieren und kommentieren. Das wäre mir sehr wichtig. Und, ähm, hinterlasst doch einfach mal eure Meinung, so, kommentartechnisch. Ich bin, keine Ahnung, also, ich bin ja, Trish ist ja irgendwie jetzt so seit den paar Missionen Neuland für mich und... Gut, ich mein, ne, danach werde ich dann ja wirklich nochmal 20 Folgen für, äh, Dante und Nero benutzen. Ähm, den Blutigen Palast hab ich noch gar nicht angeguckt. Ich mein, ich brauch auch keine stolzen Seelen mehr, deswegen ist der Blutige Palast allerhöchstens noch Challenge. Ähm, schreibt mir doch einfach mal, was ich mit dem da so machen soll oder vielleicht mit welchem Charakter ich das mal versuchen soll und bla, vielleicht wollt ihr ja wirklich viel mehr Classic haben als ich denke und bla, Zeugs. Egal, ihr wisst, was ich meine. Also, bis morgen, Blank Out!